Zeit betäubt. So, Werkstatt, Outerhaven, Schrottplatz. Dritte Runde für heute. Hoffentlich jetzt mal ein bisschen erfolgreicher. So, ich bin neben jemandem. Ich bin relativ in der Mitte, denke ich. Und da ist ein Generator, den ich gleich mal benutze und hoffe, dass ich diesmal nicht so schnell sterbe. So, wir sind beim Bagger. Ich glaube, er ist verhext. Oh, hier ist Michael. Er ist direkt hinter uns. Er stalkt, er stalkt, er stalkt. Er hat nicht geschlagen, er stalkt mich. Oh, du kommst zu mir. Bist du das? Ja. Von da, wo ich gerade kam, da kam er her. Da war noch eine. Ich hoffe, die hat jetzt auch den Schuss gehört. Scheiße, hat sie nicht. Okay, jetzt müssen wir genau Obacht geben. Er hat sie schon angeschnetzelt. Ja, die hat es nicht mitbekommen. Man muss halt mit dem rechten Stick immer noch rumgucken. Da darfst du dich nicht nur drauf verlassen. Ja, das habe ich auch schon mal bei Michael. Oh, ja. Lecko. Mio, Fanto, Fico. Aber. Aufgebraucht. Siehst du? Bist du ja nicht. Nee. Ich finde, das ist der beste Killer. Liebe den. Er kommt. Von da, wo du gerade hinläufst. Echt? Jo, aber natürlich. Kommt er zu mir. Ah, nee, du bist da auch. Oh, Mann. Also, die Lampe kannst du echt vergessen. Die strahlt da ja irgendwo hin. Müssen uns verteilen. Ich glaube einfach nur geradeaus. Da ist er? Oh, der ist noch da. Ich habe ihn geblendet. Ey, dann dreht er sich welchen. Äh, er kann mich nicht mehr stalken. Oh Gott. Sorry, das Klettern ist echt kein gutes System. Es ist einfach so. Das Klettern ist scheiße gelöst. So, er ist hinter dir her. Er hängt mich nicht auf. Doch, jetzt hängt er mich auf. Aber ich bin direkt in dem Haken. Also. Von daher. Das mit dem Klettern ist echt ein richtig beschissenes System. Das dauert einfach viel zu lange. Du kannst nicht mal hinter der Ecke irgendwie so ein bisschen... Läuft er nach links von dir? Ne, nach rechts. Er ist weg. Er ist weg. Du kannst kommen. Also jetzt kommt er wieder, aber... Er war eben gerade weg. So. Kannst du mich heilen da hinten in der Hütte? Aber nicht da durchspringen, bitte. Doch, nur langsam halt. Nach unten und... So. Ich gehe unten in den Keller. Scheiße, er kommt. Er stalkt euch nicht. Ich heil dich jetzt nicht. Ne, ich bin im Keller. Er kommt. Alter, fucker! Heil dich selbst. Kannst du nicht. Ja, kann ich nicht. Auf der Taschenlampe kann ich mir aufs Knie leuchten. Ich weiß nicht, wo er ist. Kann ich nicht sehen. Aber er ist hier nicht mehr. Hier ist noch eine Kiste. Ah, fuck, er sieht nicht. Versuch jetzt nochmal irgendwas Gutes in der Kiste zu finden. Oh, eine Reparaturkiste. Die wäre wirklich nett. Na gut, besser als nichts. Oh, hier können wir gar nicht raus. Fuck, das war jetzt ein Riesenfehler. Aber er hat dich doch noch gar nicht. Nein, er hat er noch nicht. Du kommst ja auf mich zu. Ich bin immer noch da, wo du jetzt warst. Ich verstecke mich jetzt im Schrank. Bitte lock ich ihn nicht her. Ist er denn? In der Nähe des Ausgangs. Vielen Dank auch dafür. Nein, das ist jemand anderen. Nee. Ich mache ja gerade einen Generator. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade hingekriegt habe. Mache ich auch einen? Die Einzige, die nicht verletzt ist, sollte euch mal heilen. Oder ihr euch gegenseitig. Oh, ich kriege es nicht geschissen. Ich bin zu blöd. Ich bin heute zu blöd. Wo bist denn du? Ich bin beim Bagger. Ich bin in der Nähe von der, von der die am Boden kriecht. Die sehe ich nicht. Achtung, da bin ich. Okay, ich bin links von der Hütte. Links davon. Aus dem Fenster hinten raus. Da bin ich. Kommst du zu mir und heilst mich? Ich weiß nicht, wo das ist. Aus dem Fenster raus in der Hütte. Er ist bei mir. Ich kann jetzt nicht kommen. Also ist er bei dir. Ich kann die jetzt retten, ja? Ja. Okay. Ich vertraue dem. Nein, er ist bei mir, aber das ist in der Nähe. Ich renne jetzt hin. Du hast gesagt, ja. Nein, er guckt uns dort. Er guckt doch dahin. Er erzählt doch nicht so ein Blödsinn. Er verfolgt dich doch gar nicht. Ja, ich bin doch direkt dort. Ich bin doch direkt dort. Erzähl doch nicht, dass er bei dir ist. Ja, aber ich bin doch direkt dort, habe ich gesagt. Kann ich jetzt da zu mir? Nein, aber er beobachtet dich nicht. Ist er bei dir jetzt eigentlich? Nein. Oh, fuck, jetzt habe ich ihn gesehen. Er ist immer noch bei ihr. Er ist immer noch bei ihr. Ich kann mich hier erst mal selber heilen. Das ist schon mal ganz gut. Ist er noch bei ihr? Ich sehe ihn jetzt nicht, aber ich wette, er ist noch bei ihr. Soll ich trotzdem hin? Ne, ich gehe jetzt hin. Er kommt von ihrer rechten Seite aus. Er ist weg. Ne, ich höre es. Er ist hinter mir, er stalkt mich. Er will stalken, er will den One-Hit-Wonder-Killer-Boy machen. Ich suche mal noch ein Ding. Was denn? Ein Generator. Na, der direkt, wo sie herkam. Alter, irgendwie hat er mich gerade gesehen, habe ich das Gefühl. Warum kam es halt dieser komische? Oh, ich bin tapfer. Das heißt, er ist bei mir. Ja, ja. Er kommt jetzt rein, er kommt jetzt rein in die Hütte. Okay, ich bin da nicht drin. Ich bin, hocke außen vor der... Aber die andere. Und er hat den One-Hit-Wonder-Kill an. Ja. Das heißt, er hat hier irgendwen gestalkt und hat es aufgeladen. Wir müssen jetzt Generatoren machen. In der Hütte, wo er drin ist, ist noch ein Generator. Ich bin nur bei denen, wo überall schon welche, die schon gemacht sind. Ich renne jetzt mal komplett auf die andere Seite. Scheiße, er ist schon wieder hier irgendwo. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Hier sind noch Generatoren. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, verdammt nochmal. Auf die andere Seite einfach, weg da. Versuche ich ja. Aber da bin ich erst mal voll auf der freien Fläche. Okay, ich bin jetzt von dem Ausgang. Direkt auf der anderen Seite. Er ist hier. Er ist immer wieder hier. Dann geh doch doch weg. Oh Gott, er läuft da rum. Er läuft gerade rechts und diese komische... Weiß ich nicht, wo mal die Hütte war. Weiß ich auch nicht. Beim Bagger genau, da ist er. Oh nein. Ich hoffe, ich bin nicht beim Bagger. Okay, ich habe jetzt... Irgendjemand verfolgt da gerade. Zwei Drittel habe ich. Ein Generator. Was macht der da gerade? Elfte. Scheiße, die ist tot. Ah, der hat den Mori, glaube ich, gemacht, oder? Ah. Ja. Deswegen hat er sich so aufgeladen. Er ist irgendwo bei mir. Ich suche noch einen Generator. Er ist drüben beim Bagger, wo der Generator angegangen ist. Die verfolgt er jetzt. Okay. Hier habe ich noch einen Generator. Die rennt leider zu mir. Er ist hinterher. Ah, nein. Das ist doch hier bei mir, ja. Ah, vielen Dank, ey. Locken ruhig her. Na klar. Ich würde auch da hinrennen. Du Blödhammel, ey. Ganz ehrlich. Wer war das? Germane. Gott, ey. Bist du da gerade bei mir? Ach, bist du ja gerade an zu mir? Ja. War sehr geil. Repariert es hier gerade? Oh, er drängt mich in den Keller vielleicht. Nee, das wird nichts mehr. Ach so. Nee, du bist es. Ah, nee. Ich dachte, du reparierst ihn mit mir. Der hat dich ja angeschnetzelt. Ja, ja. Aber ich habe da repariert. Aber der andere Trottel hat ihn genau zu mir gelockt. Ach so. Oh, ich muss kämpfen. Ja. Warum muss ich kämpfe? Hänge ich schon mal? Ist er noch bei dir? Nö. Aber. Ich habe leider auch nicht das Perk, das ich sehe. Doch, er ist hier. Er geht immer wieder hoch und runter. Also ich bin... Mich kannst du lassen. Er geht immer wieder die Treppe hoch und runter. Ich bin tot. Vielen Dank an Germane217. Ich würde auch den Killer dahin locken, wo einer gerade repariert. Naja, du bist aber direkt neben mir, ne? Also. So ein bisschen Einsatz. Fuck. Ja, er ist halt ein Camperschwein. Musst du also sehen. Kannst dir nichts machen. Und auf Germane brauchst du dich nicht verlassen. Die lockten wahrscheinlich eher noch her. Tschüss. Ach, komm, ey. Wenn die Killer nur noch campen. Na ja, du hast ja gesagt, ich soll Einsatz zeigen. Deswegen bin ich ja auch zu dir gegangen. Ich war ja noch mal im Generator dran. Ja, ich hätte auch gedacht, dass er weg ist. Ja. Andererseits ist das ja auch seine Special-Fähigkeit hier stalken. Von daher darf man ja sicherlich mit ihm mal campen. Aber, also die andere, die kannst du in der Pfeife rauchen hier. Wo ist die überhaupt? Ich zieh die gar nicht mehr. Oh, ich bin rausgegangen aus dem Spiel. Na gut. Eh, warum? Ja, ich habe die falsche Lasse gedrückt. Scheiße. Ja, ich habe die falsche Lasse gedrückt.